Sooo, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Thief's Deadly Shadows. Wir stecken in einer neuen Mission. Wir sollen uns im Keeper-Compound umsehen. There have been the unexplained disappearances. The Council must respond to this. Quickly. And decisively. Come, let us take our places. And when the vote comes, I trust you will step forward with me to be counted. We will need every vote in favor we can master. Attendance in the Council is lacking. Wonder what they have left to decide. Vielleicht kann ich ein paar Keeper versprechen, um meinen Weg zu wählen. Ah, okay, ja. Okay. Shall we remove a guard from the Grand Hall and set him to guard the scene of Interpreter Katika's murder? Garrett will no doubt seek to return to the scene of his crime. Let us place a guard, ensuring an end to his malice for once and all. A guard will hardly stop Garrett, and will only cause trouble for our own work. The violence in the city is growing. We need not add to it by arming our own against each other. Let Katika's memory retain some privacy. There is nothing to be gained by picking over her rooms. Place a guard that they might warn away those whose curiosity outweighs their respect. Well spoken, all. Weigh all that you have done. Okay, we can't see if there is anyone for or against us. Also, ignore that. The future shall be unwritten forever, okay. We need to take action. If your vote is to be yes, you must step forward and counten. If your vote is to be no, remain unseen in your outcome. And the question before us is, do you wish to have Katika's chambers guarded? Keepers, the decision of the council is yes. None shall be permitted entry to Katika's chambers, and a guard shall be directed to ensure that this is so. The second issue at hand concerns some books in the elder libraries which may shed light on the unwritten times. A proposal has been made to bring these precious volumes upstairs to the hall of scribes for further study. Blue flame requires no fuel yet burns without casing, okay. It is no secret that they are in the circumstances. Ah. So, shall these books be moved to the hall of scribes? The books are fragile and will not stand the mood or harsh treatment. They've been safe in the hall of scribes, so that more than one can study a volume. The books are fragile and will not stand the mood or harsh treatment. They've been safe up until now. They should remain where they are. If there is value, it is in the words, not the paper. And we keepers are not seduced by gold covers. Let them be moved and scribed. Thank you for all your words, weigh all that you have heard and all that you know in consideration. And the question for us is, should the books of the scribes are able to listen to the hall of scribes? Why are you still there? Yeah, the solution is yes. The solution is yes. The solution is the elders and brought upstairs to the scribes. If there is no further business, we shall adjourn. Es wäre sehr lustig, da jetzt einfach reinzulaufen. Ja, geh wieder woanders hin. Ich kann mich nicht stören. Also, dass er sich vielleicht hat ausschalten lassen. Wo sind wir hier? Kann es sein, dass wir auf beiden Seiten dahin gekommen wären. Einfach ruhig bleiben. Uns passiert schon nichts. Okay. Wir wissen jetzt, dass da eine Wache rumgammelt und über der Wache Loot ist. Garrod, willst du nicht irgendwie bewusst ausschlagen? Ja. 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 Ich glaube trotzdem, ich sollte neu laden. Hier. So, wir haben jetzt ungefähr die gleiche Stelle wieder. Ich versuche noch hier eine Wache rauszulocken, die letztes Mal ganz einfach aus der Nocken war. Genau die. Ja, gut. Lower Libraries. Danke. Und, weil ich diesmal nicht den gleichen Weg gelaufen bin, also nicht in der gleichen Geschwindigkeit, ist mir hier schon eine Wache mit Fackel entgegengekommen, die mich dann auch kurz gesehen hat. Und mir sicher gleich wieder entgegenkommt, während ich versuche, die beiden zu belauschen. Do not dawdle, scribe. Oh, oh. Scriberoom. Also Schreibraum. Er ist einfach an einer unfassenden Stelle gestanden. Das war viel zu übersichtlich. Aber cool. Okay, hast du von seltsamen Verhalten der Glyphen gehört? Gehe sicher, dass du exakt aufschreibst, welche Schriften und welche Glyphen sich unterscheiden oder jetzt anders sind. Benachrichtige mich sofort, sollte sich noch mehr verändern. Oh, wieder. Might have... Hey, ist jemand da? Ja, wer ist das, was ich sehe? Was denn? Ich klicke mich. Wer ist das, was ich sah? Ist das du, Keeper Vargas? Hm. Ich klicke mich. Wer ist das, was ich sah? Ist das du, Keeper Vargas? Hm. Ich klicke mich. Ich klicke mich nicht. Ich klicke mich nicht. Ich kann mich nicht übernehmen. Er ist jetzt erst mal panisch. Sie muss sich mal beruhigen Sie werden ziemlich schnell gefunden Nichts, was ich tun kann Vielleicht weiß der Kanzler auch schon Okay, das wäre jetzt unpassend gewesen, wenn sie in dem Moment sich wieder umgedreht hätte Ich höre nur etwas Ist das jemand? Nein Nicht aufregen, Kleine Ja, halt dir schon mal den Kopf fest Ich habe das Pult schon ausreichend untersucht, glaube ich Ich bin nicht sicher Es war ein Geräusch Ich bin nicht sicher Ich bin nicht sicher Ich bin nicht sicher Er ist das Something moved. Okay. Dann quick speichern. Und zwei Minuten Restfolge. Wir sind inzwischen bei 26% Loot von 40 benötigten. Aber ich habe das Gefühl, da geht noch ein bisschen mehr. Ja. Ja, 29. Der Stall kann ich nicht mitnehmen. Ähm, Übersetzungs... Äh, die Übersetzung der, äh, erhaltenen Volumen. Also der erhaltenen Stücke muss... ...jetzt sein? Okay. Mit... ...mit wenigstens drei wahren Kopien... ...oder Überschreibungen. Ähm... ...von allen neuen Werken und... ...vier wahren Kopien... ...äh, der Compendia... Punkt. Ähm... Acquisition of Monages... ...äh, das Erlangen von Wissen ist eine wundervolle Reise. Um zu verlieren, was wir gelernt haben, braucht es aber einen Moment. Der Verräter und Betrüger... ...versuchte, alles zu zerstören, was wir haben. Okay, lass das hier nicht seinen Weg sein. So, grob übersetzt. Ach, guck mal, wir haben noch eine Oberetage. Wie wunderbar. Hm. Ich kann den Zauberstab klauen. Ich finde das auch gut. Oh, oh... Ich kann den Zauberstab klauen. Ich finde das auch gut. Ich kann den Zauberstab klauen. Ich finde das auch gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wüsste gerne, was sich geändert hat durch diesen Mini-Schalter da, hier. Tut sich da überhaupt was? Immer ärgerlich, wenn man so einen kleinen Schalter findet und dann nichts passiert. Das ist etwas, was man eigentlich nie tun sollte. Ein Fass voller Schwarzpulver ins Feuer werfen und dann nochmal rangehen. Aber ich finde es okay, dass es nicht explodiert ist. Ich meine, es hätte uns den Gefallen ja ruhig tun können. Ja, ich versuche gerade, diese Tür zu sprengen. Also, ich vermute, dass es eine Tür ist. Hm, vielleicht muss ich auch nur die Dinger und ditschen. Egal. Wir können uns auf jeden Fall sicher sein, dass die Folge jetzt zu Ende ist. Insofern würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.